So, wir befinden uns jetzt in der vierten Woche, 24. Tag, Masse Commander Gildner mein Name. Und zwar, wir befinden uns hier wirklich im Paradies. Aber nicht im Paradies für uns. Für die nächsten Wochen kommt sowas nicht bei uns in den Einkaufswagen. Und zwar, ich zeige euch einfach mal das Gegenbeispiel. Obwohl in meinem Namen draufsteht, nehme ich das natürlich nicht. Also, diese ganzen Lebensmittel ist einfach nur ein Auszug daraus, was wir wirklich die nächsten Wochen vermeiden wollen. Und ich werde jetzt individuell auf die ein oder anderen Produkte eingehen. Ich habe als erstes Gegenbeispiel mir die Cola ausgesucht, obwohl in meinem Namen dementsprechend draufsteht, darf das jetzt die nächsten Wochen nicht mehr vorkommen. Problem ist hier, Zuckeranteil ist gravierend hoch, hat natürlich einen massiven Einfluss auf unseren besagten Insulinspiegel. Deswegen die normale Variante der Cola möglichst verzichten. Und wenn der ein oder andere auf jeden Fall Durst hat, ist wirklich der allererste Fehler, dass man dann oftmals auf die falsche Cola zugreift und hier, wenn überhaupt, auf die Zero-Variante. Die ganzen Fertigprodukte, nehmen wir hier mal zum Beispiel die gute alte Pizza, ja. Sollte möglichst vermieden werden, weil einfach wirklich ein sehr, sehr massiver Fettanteil wirklich gepresste Fette drin sind. Sowohl auch Süßigkeiten. Hier habe ich einfach mal das hier gewählt oder wir nehmen einfach mal Pommes Fritt, ja. Das alles müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Ihr werdet die nächsten Videos auf jeden Fall sehen, wie wir eine schmackhafte Mahlzeit zubereiten können. Über Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, wirklich sehr, sehr gesunde Fette und dann werden solche Dinge abends dementsprechend auch nicht mehr genommen, weil ihr wirklich euer besagtes Sättigungsgefühl ist auf jeden Fall hoch, sodass ihr solche Produkte möglichst vermeiden wollt. Nehmen wir zum Beispiel die Convenience-Produkte oder Fertigprodukte, haben wir hier einfach mal die Lasagne. Und zwar kann man sich immer wieder gut daran halten, wenn man einfach mal sieht, Nährwerte. Das heißt, schaut auch wirklich mal auf die Produkte drauf, welche Nährwerte dort drin sind. Und zwar sehen wir jetzt hier, dass eine dieser besagten Menge alleine auf 100 Gramm und hier sind 300 Gramm drin, hat knapp 400 Kilokalorien. Also wirklich so ein kleiner, kleiner Snack hat 400 Kilokalorien. Und da ist natürlich der allererste Fehler, wenn wir natürlich abnehmen wollen, sollen wir keine positive Energiebilanz fahren, sondern wirklich eine negative Energiebilanz. Gehen wir dann weiter und zwar als Alternative habe ich jetzt einfach mal ausgesucht Kakao. Es ist wirklich erlaubt, wenn ihr einmal pro Woche wirklich Süßigkeiten in der Form zu sich nimmt und zwar immer eine Riege. Und zwar hier einfach mal der Vorteil, wir haben hier einen Kakao-Anteil ungefähr von 99 Prozent. Das heißt, wenn ihr eine Riege für eine Woche nehmt, sollte euer ganz normaler Bedarf damit gedeckt sein und ihr verzichtet natürlich nicht vollkommen auf die schlechten Lebensmittel. Das heißt, wir verzichten nicht komplett, sondern ersetzen einfach die ein oder anderen Produkte, zum Beispiel hier durch die Coke Zero oder durch den erhöhten Kakao-Anteil. Das vermeiden wir und das wollen wir. In diesem Sinne...